Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge meiner Live-Action-Roleplay-Videoreihe. Mein Name ist Noctis Malstrom und ich bin ein gelehrter Alchemist mit dem Schwerpunkt auf Magie. Das passt super, finde ich, weil ich im echten Leben doch auch Zauberer bin. Wie dem auch sei, ich will euch heute ein Spiel zeigen, welches ich für unsere Charaktere entwickelt habe. Und wenn ich unsere Charaktere sage, dann meine ich mich und meinen möchtegern gelehrten Hampelmann-Kollegen Aquilean Erzenbrech. Er hat den grünen Daumen von uns beiden und trägt einen Namen, den sich kein Mensch merken kann. Darum nenne ich ihn nur Akkospacko. Wie dem auch sei, um die Leben unserer Charaktere ein bisschen interessanter zu gestalten, haben wir uns überlegt, dass wir spielsüchtig sind. Und das führte dazu, dass wir uns folgendes Spiel ausgedacht haben. Achso, übrigens, falls ihr irgendetwas daran verbessern würdet oder noch eine Idee für eine Erweiterung oder Vereinfachung haben solltet, dann immer her damit. Es handelt sich um ein Würfelspiel. Doch statt dass man einfach nur möglichst hoch würfelt, um den anderen zu überbieten, wollen wir etwas mehr Aktivität in das Spiel bringen, in dem sich die Mitspieler um den Becher herum aufstellen. Und zwar mit einem Abstand von zwei bis drei Fuß. Dadurch entsteht schon mal eine nette Runde. Jeder Mitspieler bekommt einen Würfel. Ziel ist es, auf 21 Punkte zu kommen. Jeder darf einmal werfen und muss versuchen, in den Becher zu treffen. Die so gewürfelten Punkte werden zusammenaddiert. Sollte der Würfel den Becher verfehlen, gibt es keine Punkte. Und lasst euch gesagt sein. Es ist gar nicht so einfach, den Becher zu treffen. Der Spieleinsatz wird natürlich vorweg bestimmt. Das Ganze muss sich ja auch lohnen. Wo bleibt denn da sonst der Reiz? Es gibt die zusätzliche Herausforderung, dass man genau auf 21 kommen muss. Wenn ich also bereits 19 Punkte habe, dann benötige ich entweder zwei Einsen oder eine Zwei. Liegt man über 21, ist man raus. Wer zuerst 21 Punkte hat, gewinnt. Beim großen Felsen! Ich habe eine Zwei! Ich habe gewonnen! Ja! Hier, seht selbst! Nun, man könnte meinen, ich hätte geschummelt und die Aufnahme so oft gemacht, bis ich eine Zwei gewürfelt habe. Ja, entweder das oder ich hatte ein kleines bisschen Glück. Und falls ihr wissen wollt, was es mit diesem Fläschchen auf sich hat, dann müsst ihr einfach nur hier oben draufklicken. Da habe ich euch gezeigt, was man mit diesem Glück denn noch so alles anstellen kann. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was ich euch als nächstes zeigen werde. Vielleicht zeige ich euch, wie wir unser Geld verstauen, wenn wir auf Reisen gehen. Oder ich zeige euch unseren Racheputz. Das ist ein Gegengift. Oder das Nimmerweh, was im ersten mit einem Schmerzmittel zu vergleichen wäre. Ah, schwere Entscheidung. Was meint ihr? Worauf hättet ihr am meisten Lust? Ich habe eine Idee. Ich werde auf meinem YouTube-Kanal unter dem Menüpunkt Community eine Umfrage starten. Verlinke euch das Ganze zusätzlich noch unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt einfach abstimmen und mitbestimmen, was ich als nächstes zeigen soll. So machen wir es. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, immer schön die Kette straff halten. Bis dahin, immer schön die Kette strafft. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.